Oder Fischerei Schneider. Gesang und die Fischer hoffen auf einen guten Fang. Sie leben seit Jahrzehnten hier am Oberstrom. Auch die Väter Schneiders fischten damals schon. In Brisco-Finken-Herd daheim, so soll es auch in Zukunft sein. Denn mit dem See und Fluss sind sie vereint. Wir sind heute bei der Oderfischerei Schneider zu Besuch. Herr Schneider, recht herzlichen Dank, dass wir kommen durften. Wir haben uns sehr gefreut. Sie sind ein uralter Familienbetrieb, schon mindestens seit über 100 Jahren. Dann enden die Aufzeichnungen, die man bisher gefunden hat. In sechster Generation sind Sie Oderfischer. Erzählen Sie uns doch bitte was über Ihre Familiengeschichte. Ja, wir sind seit ewigen Zeiten in Frankfurt zu Hause. Das ist der Nachbarort bei uns seit den 20er Jahren in Brisco-Finken. Das ist mein Großvater hergezogen und wir wirtschaften schon viele seit dieser Zeit. Wir wirtschaften wir auch auf der Oder, neben kleineren anderen Seen. Damals auf folgischer Seite auch, also auf übersetzter Oder. Aber hauptsächlich sind wir Oderfischer und das schon seit Generationen. So meine Urgroßeltern, meine Großeltern, mein Vater, meine Willigkeit, meine Kinder und so setzt sich das fort. Und es ist natürlich ein Beruf, der auch weitergegeben wird. Dadurch, dass man auch ein eigenes Fischereirecht besitzt, neben den Pachtungen, ist natürlich da eine Verpflichtung da, auch diese entsprechend zu pflegen und weiterzugeben. Und das ist natürlich auch ein Stolz, der in der Familie besteht. Und daran wollen wir uns eigentlich lange, lange halten. Aber Sie haben auch schwierige Zeiten gehabt in den letzten Jahrzehnten. Vielleicht können Sie ein bisschen was über die Höhen und Tiefen des Berufes bei Ihnen erzählen. Tja, naja, die Tiefen insofern gab es 1960 rum, als wir als privater Familienbetrieb, Fischereibetrieb, dann in die Genossenschaft gehen mussten. Das war damals für meinen Großvater ein sehr, sehr harter Schlag. Bis dahin war das ja als privater Fischereibetrieb, Familienbetrieb, ganz eng. Du hast deine eigene Existenz geschaffen und auch erhalten und weitergegeben. Und dann war mal einmal Schluss. Man musste damals, in der DDR war ja die sogenannte Fallgenossenschaftlichung, und das fand natürlich auch in der Fischerei praktisch die Fortführung. Und das war um die 16. um. Großvater Willi, der hatte dann ein Schreiben bekommen vom Rat des Bezirkes, ganz kurz sagt, wenn Sie nicht innerhalb von 14 Tagen die Wässer verlassen mit Ihren Netzen und so weiter, werden Sie mit einer entsprechenden Geldstrafe bedroht. Und dadurch musste er dann selbst aufgeben. So mein Vater, der damals auch schon ausgelernt hat und auch schon einige Jahre auch als Fischer tätig war, den hatte er dann das angeraten, weiterhin in der Genossenschaft zu bleiben, um einfach auf unseren Wassern das zu erhalten, was wir über Jahrzehnte so inne hatten. Das hat er dann getan. Großvater ist dann drei Jahre später verstorben, 1964. Unter anderem auch sicherlich, davon gehe ich mal aus, ein bisschen seelisch belastet dann durch diese, er durfte ja nicht mehr fischen. Und Vater war dann in der Genossenschaft und dann, ja, als junger Mensch passte dich ja doch anders an. Und er war als Betriebsteilleiter dann hier im Bereich Briesko-Fingert an der Oder zuständig. Wir hatten neben der traditionellen Fluss- und Seenfischerei, die er im Auftrag der Genossenschaft durchführen musste, auch eine Fischproduktion. In Warmwasser gab es damals sogenannte Netzgehege, da wurden dann Karpfen und Forellen gezüchtet und gemästet und produziert. Das war dann seine Aufgabe, also du warst eben Lohnempfänger und, ja, es war für die Familie jetzt nicht mehr insofern ein Familienbetrieb. Ja, dann kam das Jahr 1990 und die Wende, wir wissen es alle, und wir waren an sich der erste Wiedereinrichter, so spricht man in der Landwirtschaft, im Bezirk Frankfurt-Oder, also entlang der Oder, die wieder ihren alten Fischereibetrieb einrichten durften. Wir haben alte Pachtverträge vorlegen können und weitere Nachweise, dass wir damals praktisch ad hoc raus waren und jetzt damit konnten wir aber wieder einsteigen und waren somit der Erste, der sich dann privatisiert hat. Danach folgten natürlich auch andere Familien, die aus den Genossenschaften oder VEB-Betrieben ausstiegen und dann die Privatisierung wieder, die Familienbetriebe wieder aufleben lassen konnten. Das waren so erstmal die Knackpunkte, dass man überhaupt, wie es ging hier mit diesen Betriebsformen, na dann kam dann praktisch, ging es weiter 1995, wir waren dann eigentlich sehr auf Fortschritt ausgelegt und es wurde auch auf Risiko gearbeitet, muss ich mal sagen. Wir haben dann einen, also der Vater, muss ich immer noch sagen, war zu der Zeit ja noch da, hat dann eine Million Mark aufgenommen, das war ja für uns unvorstellbar, aber wir haben dann ein ganz modernes Fischgeschäft hier in Briesko errichtet, an der Hauptstraße gelegen am Oder-Neißer-Radweg oder direkt hier an der Oder am Brieskoer See. Der Brieskoer See ist ja ein uralt arm der Oder, man hat anhand von Sanden, also Bohrungen, hat man festgestellt hier vor das Frühjahr die Oder unmittelbar hier bei uns am Kunststück hier in Briesko vorbei. Und da sollte nun dieses Haus entstehen und damit wollten wir auch praktisch unsere Existenz wieder erweitern, ausbauen, die Kinder, Enkelkinder, mein Vater hatte auch entsprechende Vorstellungen dazu. Und leider ist er dann 1995 während der Oberzeit auch verstorben, kurzfristig. Und wir als Kinder, mein Bruder Detlef, ich selbst, haben dann mit der Mutter zusammen eine GbR gegründet und haben dann diesen Betrieb fortgeführt und haben gesagt, jawohl, wir bauen zu Ende und das soll unsere Grundlage, unsere Basis werden, um den Familienbetrieb praktisch dann auch alle Zeiten möglichst fortzusetzen. Gut, dann kamen andere Zeiten. Wir hatten ja dieses berühmte Oder-Hochwasser 1997, was ja das 200er Jahrtausende Wasser war. Unsere Grundstücke, unsere Häuser standen unter Wasser. Wir waren gehandicapt. Das Gasthaus, das Fischhaus wurde dann praktisch eingesandet. Man hat riesige Mengen an Sand vor uns abgekippt. Und dann waren die Feuerwehren, die Helfer, die Bundeswehr, die haben dann ihre Sandsäcke gefüllt davor. Also es verging nichts mehr. Es war auch ein Schlag, der jetzt wirtschaftlich ziemlich schwierig war. Dank, dass es diese Spendenflut, die damals für diesen Osten, für diesen äußersten Osten hier sehr, sehr groß war, sind natürlich auch die Menschen wieder, sagen wir mal, in ihren Stand reingebracht worden, konnten wieder, konnten ihre Häuser wieder errichten, konnten die Betriebe wieder aufbauen, wieder in den Stand bringen und so weiter. Und das muss ich mal sagen, also wenn das nicht gewesen wäre, dann gäbe es uns nicht mehr. Also als solchen Fischereibetrieb gäbe es dann nicht mehr. Das war auch ein sehr einschneidendes Ergebnis. Kleinere Hindernisse waren dann noch der Straßenbau vor unserer Tür, vor unserem Gasthaus, vor unserer Geschäftsstelle. Dann, wie gesagt, ja, dann kam der Euro dazu. Das wissen wir ja alle, die waren ein bisschen schwierig gewesen, die ganze Umstellung. Und zuletzt praktisch auch die Umgehungsstraße, die wir hier in unserem Ort bekommen haben. Wir leben alle sicherlich jetzt schön ruhig und gehen schlafen, aber für die Geschäftsleute ist sowas eigentlich tödlich. Aber dem haben wir getrotzt, wir haben andere Wege jetzt gesucht. Mein Sohn hat mittlerweile den Betrieb übernommen und der hat so seine entsprechenden besonderen guten Vorstellungen, muss ich mal sagen, wo es gut zieht. Und ich hoffe, dass es so noch weiter wird. Die Bode ruft zu jeder Zeit, ob Sonne scheint oder ob es stürmt und schneit. Die Bode ruft tagtäglich neu und ihre Fischer bleiben ihr auch weiter treu. Sie sind die sechste Generation der Fischer an der Oder. Und was ist für Sie das Schönste im Beruf? Das Schönste ist einfach der klassische Spruch, draußen in der Natur zu sein, aber auch sein eigener Mann zu sein. Das ist einfach so die Geschichte, ich kann auf dem Wasser so sein, wie ich das möchte und auf dem Kahn mit dem Wasser mit meinem Bruder zusammen heißen und so unterwegs sind. Es ist einfach herrlich. Es ist schön bei jeder Jahreszeit. Wenn die Abendsonne langsam untergeht und kein Wind mehr über Schiff und Weiden weht, dann fahren sie nochmal hinaus und holen ihre Netze raus. Ein guter Tag, doch jetzt geht es nach Haus. Es ist toll, wenn man so ein Familienbetrieb ist, zusammen mit seinem Bruder, mit seinem Vater zusammenarbeiten kann, die Mutter arbeitet mit und stellen diese wunderschönen Fisch-Spezialitäten alle her, die sehr, sehr lecker sind. Und wie gesund ist denn der Fisch? Wie ist das abhängig von der Wasserqualität auch? Die ist ja auch sehr gut hier. Also gesund ist Fisch allemal. Man kann auch sagen, dass der Süßwasserfisch, den wir bei uns, steht in keiner Weise nach dem Meeresfisch. Wir haben zwar nicht ganz so viel Omega-3-Fettsäuren wie der Hering oder wie die Makrele, aber dennoch haben wir sehr hoch Eiweiß, sehr viel Proteine drin, verschiedene andere gesunde Stoffe, die in dem Fisch alleine drin sind, in der Muskulatur, in dem Bindelwebe. Und es ist einfach, jeder Fisch hat auch so seins. Der Aal ist ein bisschen fetter, wenn da jemand Obacht geben muss, der wird dann kein Aal essen. Es gibt so wieder trockene Fische, die ein trockenes Fleisch haben, wie der Hecht, der wurde früher, so Uropaszeiten, die Leute verordnet, die dann Diabetes hatten, die dann auch irgendwie mitten in der Leber hatten und so weiter. Also jeder Fisch hat so seine Besonderheiten und auch geschmacklich starke Unterschiede, die aber alle hervorragend sind. Die Fische, die sie dann verarbeiten, sie fahren morgens um 5 Uhr schon zum Angeln raus und gucken sich die Netze an und die Häusen. Oh, da haben wir einen besonderen Fisch, auf den wir heute abgesehen hatten. Und dann wird der Fisch nach Hause gebracht, in die Küche und wird sofort frisch verarbeitet. Und dann wird der Fisch. Und dann wird der Fisch. Dann kommt er in die Gläser, wird er dann eingefüllt am gleichen Tag noch und wird dann auch versandt. Frischer geht es wirklich nicht. Frischer geht es wirklich nicht. Und die Fische, die sie verarbeiten, die könnte die Industrie gar nicht verarbeiten, weil es sehr viel Handarbeit beinhaltet und die kann man gar nicht maschinell leisten. Das ist richtig, weil einfach die Fischarten, die wir hauptsächlich verarbeiten, sind, ich sag mal, die ganzen Weißfische. Da fällt die Plötze drunter, der Blei, dann der Döbel, der Ahlert. Die haben wirklich alle sehr viele Gräten und wir verarbeiten eben so, dass man diese Gräten nachher beim Essen nicht merkt. Und trotzdem hat man diesen Fisch dann, den wir ja auch in unseren heimischen Gewässern regional auch haben, den kann man dann dadurch auch sehr gut vermarkten, weil er dann eben auch grätenfrei oder ich sag mal grätenarm ist. Der Bruder nimmt so, der schmackvoll mit entfaltet sich in diesem Produkt und ist super. Ja, wir haben da über die Schulter geguckt in der Küche. Es ist eine Heidenarbeit, den Fisch, die ganzen Gräten frei zu machen. Alles per Handarbeit, alle Achtung. Die Produkte sind alle nach den Rezepten von ihrer Großmutter und von ihrer Ungroßmutter. Das Familiengeheimnis bleibt dann bewahrt. Sie sind die sechste Generation und die siebte Generation folgt Ihnen irgendwann mal. Ja, wir hoffen. Genau. Und Sie hatten nie den Wunsch, sagen wir mal auszubrechen und einen anderen Beruf zu erlernen? Nein, also es war von vornherein war klar, dass man in diese Richtung geht, weil einfach, wenn man von Kind auf rauskommt und Opa, los geht's, wir wollen in den Kahn, wir wollen mitfahren und wir durften nicht, weil wir noch zu klein waren oder weil nächsten Tag Schule war. Das war für uns immer ein Ärgernis. Und wenn man da mit hineinwächst und man merkt auch, wie viel Liebe da auch von den Altvorderen da schon reingesteckt worden ist, kriegt man es automatisch mit ins Blut. Es gab mal eine Situation, wo ich 16 war, da wäre ich auch zur Wasserschutzpolizei gegangen, Hauptsarbeit mit Wasser, aber die Fischerei hat mich dann trotzdem, das war super. Und es ist eben auch ein Lebensgefühl, was man in diesem Beruf oder in dieser Berufung auch hat. Also es ist nicht nur ein Job, es ist wirklich ein Leben, eine Lebensart ist es. Sie hegen und pflegen ja die Fischbestände. Sie überfischen nicht, ganz im Gegenteil. Sie haben vielleicht nur 10, 20 Prozent der Fische, die Sie fischen könnten, fischen Sie ab. Also Sie haben sehr freiche Fischstände, kümmern sich um die Nachzucht der Fische. Auch ja. Also wir haben Gewässer, die jetzt, die jetzt, sag ich mal, nicht im Oderverbund sind, also die jetzt mit der Oderverbindung haben, sondern die einzelnen Gewässer sind. Und da wird dann natürlich auch regelmäßig jedes Jahr der Herbstbesatz gesetzt mit Schlei, mit Hecht, mit Aal, mit Karpfenklein und so weiter. Also damit man dann wirklich auch immer diesen Fischreichtum dann auch immer da hat, den man dann auch wieder abschöpfen kann. Also wir nutzen ja dann, ich sag mal, das, was abwächst, das nutzen wir als Fischer, als Berufsfischer. Und muss aber immer so viel noch drin sein, damit es auch für die nächste Generation oder für die nächsten Jahrzehnte reicht. Und wenn die Natur im Einklang ist, wie sie jetzt auch ist, funktioniert es hervorragend. Den Fisch, den wir heute gefangen haben, waren Sie zufrieden mit dem Fangen heute? Ja, doch. Eigentlich war es schön für die Netze, die wir gestellt haben. Wir hatten auch Plötzen gestellt, war natürlich der eine oder andere Hecht noch mit bei, eine schöne Schlei, ein paar große Bleien waren mit bei. Aber die Plötzenden war das, was wir wollten, weil da eine Bestellung drin war. Und hervorragend. Dann meinten Sie, war ein besonderer Fisch dabei? Welcher war das? Das war der Schlei. Schleien fangen wir sehr viel in den Warmmonaten. Es ist jetzt eigentlich kurios, dass der jetzt schon mit Anfang März mit bei ist, weil die kommen dann meistens erst im Mai. Wenn die Sonne wärmer ist, kommen die aus ihrem, ja, dann werden sie mobiler. Ja, nicht. Und war eben ein schöner Schlei drin. Wir essen ihn gerne. Das ist auch mein persönlicher Lieblingsfisch. Und es ist eine schöne Sache. Ja. Merken Sie schon, dass es wärmer wird? Also, das ist ein guter Stichpunkt. Wir merken es. Die letzten zwei Jahre waren es extrem heiß. Wir haben extremes Niedrigwasser auf der Oder gehabt. Man konnte teilweise durchlaufen durch die Oder. Also Schenkel, Knie, Schenkel, da stand man mitten im Strom. Aber das ist dann schon beängstigend, wo dann mal die Reise hingeht. Ob das jetzt, sag ich mal, nur vielleicht doch, wie vor ein paar Jahren, oder wie immer mal war, so ein paar Jahre, wo der mal so trocken ist. Vielleicht, wir hoffen ja, dass es wieder mal ein bisschen mehr Wasser huchtet, das ganze Jahr über ist. Weil einfach der Fisch, der geht dann zurück direkt in die Oder. Das ist ja nachher bloß noch ein Vlies und flach, warm, haben alle ein bisschen Stress. Sauerstoffarmut herrscht nicht, das ist schon mal sehr gut. Aber eben dann, ja, die haben nicht mehr so viel Nahrungsauswahl. Der Raubfisch schon, der geht dann auf die Kleinen. Aber eben das fehlen so die Überflüttungsflächen. Und da müssen wir gucken, wie die Reise hingeht, wo es hingeht. Wir sind aber froh und mutig. Wir müssen uns auch anpassen, flexibel anpassen. Und das schaffen wir, das machen wir und funktioniert. Jeder, der mit der Natur zu tun hat, der muss sich anpassen. Wir Menschen dürfen nicht alles regulieren und machen, sondern wir müssen uns auch mal anpassen. Wenn die Natur sagt, jetzt ist es mal so, dann habt ihr, ihr Menschen, jetzt müsst ihr mal auf mich erobachten. Und das ist ja momentan auch so. Ja. Wenn einer unserer Zuschauer vorhat, Fischer zu werden, was würden Sie ihm raten? Ja, also immer ran. Wir brauchen junge Leute, wie jeder andere Gewerk in grünen Berufen. Ist ein schwerer Beruf, muss man einfach sagen. Es ist nicht nur schön, so wie es bei uns ist, es ist auch schwer. Das heißt, Winter, wenn Eis oben ist, dann muss man ins kalte Wasser, dann muss man die Netze greifen, dann muss man die Fische schlachten, dann muss man die Fische mengenmäßig, dann ist es kalt, dann ist es manchmal zu warm, dann geht die Hose kaputt, dann steht man im Wasser, man fällt ins Wasser. Aber am Tagesende, wenn man was geschafft hat, dann ist alles wieder super. Und gerade so die Lehrlinge, die so das erste halbe Jahr da sind, die haben dann diese Probleme. Aber dann, wenn sie das eh mal durchgeschafft haben und wissen, wie der Hase läuft, dann wollen die nichts mehr anderes machen. Arbeiten Sie viel mit anderen Fischern auch zusammen? Ja, auf jeden Fall. Tauschen sich aus. Richtig. Also viele holen bei uns Laichfische für die Teiche, zum Beispiel Zander, Hecht und so, weil wir viel Wildfisch haben, wo dann auch neue, ich sag mal, der Genpool ist ja wieder was Neues. Wenn man als Züchter immer mit den gleichen Genpool arbeitet, irgendwann ist das sehr erschöpft, da arbeiten wir viel zusammen. Und dann haben wir auch Fischereikollegen, die für uns auch produzieren, gerade in der Richtung Karpfen, was nachher zu Weihnachten, Silvester immer ein sehr großer Renner ist. Und so arbeiten wir hervorragend zusammen. Ja, und Sie arbeiten auch mit der Wissenschaft zusammen. Die Wissenschaft ist ja bemüht, neue Fische oder die alten Fischsorten wieder anzusiedeln, zum Beispiel dem Stör. Genau. Das ist auch eine sehr hervorragende Geschichte, dass diese Wiederansiedlung des Störs bei uns vor, ich glaube, vor zehn Jahren hat es angefangen, dass die Jungstörer ausgesetzt werden. Und wenn die wandern dann durch die Oder, ins Haff, in die baltischen Staaten, in die Ostsee, und wenn die dann geschlechtsreif sind und wieder zum Laichen nach Hause kommen, sagt man, ähnlich wie beim Lachs, kommen die dann wieder in das Süßwasser rein. Und da, wo die ausgesetzt werden, suchen die sich dann die Laichplätze. Und die Störart, die wir jetzt haben, die wird so zwischen zwölf und vierzehn Jahren die schlechtsreif. Und dann hoffen wir, dass in den nächsten Jahren die Ersten zurückkommen. Klasse. Die sind alle markiert, die haben alle eine kleine Plakette dran mit einer Nummer, mit einer Zahl. Und ein Teil wurde auch besendet. Also da sind ja die Forscher mitgefahren. Dadurch konnten sie sehen, dass innerhalb von acht bis zehn Tagen die Störer von unserer Höhe von der Oder in der Ostsee waren. Also das ging relativ zackig. Und wenn die zurückkommen, dürfen wir die nicht fangen. Also wenn sie mal reingehen, dann wird, wie gesagt, protokolliert, dann werden die wieder zurückgesetzt. Das heißt, die müssen sich erst jahrzehntelang wieder erholen. Und das ist aber schön so, dass das eben wieder, ich sag mal, auch von der staatlichen Seite oder von der wissenschaftlichen Seite wieder versucht wird, da hingehend diesen Fisch, diesen uralten Fisch wieder heimisch zu machen. Wer noch andere Fischsorten wieder versucht, heimisch zu machen? Also die Fischarten, die jetzt wieder zurückkommen durch die Klarheit des Wassers, durch die Sauberkeit und so weiter, sind alles meistens Kleinstfische, kleine Fische, die jetzt für uns keinen wirtschaftlichen Wert haben. Für die Wissenschaft schon. Wir kriegen dann auch mal jährlich so Auswertungen, wenn auf der Oder wissenschaftliche Fänge gemacht werden. Da wissen wir, wie viele Gründlinge und so weiter. Dann haben wir ja wieder mal gewissen, okay, das ist wieder hervorragend. Aber so direkt selber, neue Fischarten werden ja nicht ausgesetzt. Eher sind die Fischarten, die damals zu DDR-Zeiten sehr viel ausgesetzt wurden, die werden ja sogar entnommen bzw. dürfen nicht mehr ausgesetzt werden. Liegt daran, weil es keine heimischen Arten sind. Und da fährt dann der Marmorkarpfen mit rein, der Graskarpfen und so die Geschichte. Aber ansonsten, die Fische, die wir haben, die werden groß, die werden saftig, die werden dann irgendwann gut schmecken, sage ich. Die Wasserqualitäten der Oder war ja schon immer sehr gut, im Gegensatz zur Elbe. Und das war immer sehr klar, aber jetzt ist es noch klarer geworden, das Wasser. Das liegt eben daran, weil die landwirtschaftlichen, zu den Erdzeiten waren eben sehr viel Landwirtschaft, da ging es dann auch ungefiltert rein. Dadurch wurden natürlich dann im Wasser Phytozooplantoren angeregt. Das war zum Wachstum, deswegen war es trüb. Jetzt muss die Landwirtschaft ein bisschen Obacht geben, beziehungsweise auch die, ich sage mal, die menschlichen Abwässer gab es eben jetzt nach der Wende wirklich hervorragende Abwässer, Kalonisation etc. pp. Wird mehr herausgefiltert, was früher auch, ich sage mal, rein konnte, wo denn auch diese Wasseralgen gewachsen sind dadurch. Dadurch war es trüb. Und jetzt wird es eben wieder ursprünglicher, wie es eigentlich von Jahrtausenden schon waren. Also klar. Hat aber weniger Nährstoffe dadurch für die Fische. Richtig, genau. Dadurch haben wir dann eben weniger Fische von der Menge her, von der Fischmasse. Aber dafür haben wir einzelne Fische, die sind ja größer. Das hat natürlich seinen Vorteil, dass man dann eben auch große Kravitzmänner fängt. Und die verbundenen halt nicht, die Fischschwärme. Das ist eine sehr positive Entwicklung. Wie ist denn so der Geschmacks- oder Qualitätsunterschied? Sie gehen ja quasi raus angeln, sie nehmen die Reusen, die Netze, sie haben also Wildfisch, den sie verarbeiten. Wie ist denn so die Qualitätsunterschiede? Gibt es da Qualitätsunterschiede zu Aquakulturen? Also es gibt, ich sage mal zum Beispiel jetzt, man könnte jetzt am Beispiel vom Karpfen nehmen. Wenn wir da jetzt die Zuchtkarpfen nehmen, die werden ja mit Weizen, mit Roggen gefüttert, auch auf Naturbasis. Und die haben dann so ein mehr weiches, feines und so fettiges Fleisch. Haben wir aber einen Wildkarpfen, der jetzt, sag ich mal, von klein auf im Wildgewässer ist, der hat weniger Fettanteile. Der hat rötliches bis dunkles Fleisch. Das liegt daran, weil die Muskulatur eben mehr arbeitet, weil er im Fluss mehr schwimmen muss. Im Teich sitzt er da, wie ihn auf der Couch. Und das merkt man schon. Also man hat dann, der Geschmack ist aus ihrer Elfter. Schmeckt beides sehr gut, muss man sagen, aber eben man merkt die Unterschiede. Aber das ist eben für uns Fischer eben wichtig, diesen Wert, den wir regional von außen haben, auch abzuschöpfen. Das ist ja eigentlich so diese, was ja, der Fischer ist ja der älteste Beruf mit. Eigentlich von, ja, auch tausenden Fische wurden schon immer gefangen. Ja. Und als Protein- und Nahrungslieferant eben Nummer eins. Wie groß sind so die größten Fische, die Sie gefangen haben und sind die noch schmackhaft? Ja, also der längste Fisch, den wir hier gefangen haben, das war 1993, das war mein Opa noch. Die haben großen Wels bei uns vor der Haustür gefangen. Der war 2,45 Meter lang und war 73 Kilo schwer. Dann haben wir verschiedene Marmorkhafen, das sind so die Planktonfresser, die noch aus DDR-Zeiten noch bei uns rumschwimmen. Die können so bis zu 80 Pfund werden, also um die 40 Kilo. Richtig große, stramme Jungs. Dann große Aale fangen wir, arm, dicke Aale. Ist zwar eine Seltenheit, die wollen, aber die fangen wir immer noch. Und Zander, so Meter, Meterzehn, auch so um die 5, 6, 7, 8 Kilo. Große Hechte, selbst Schleie, bis zu 3 Kilo Schleie. Also der Angler will es, dass man so anderthalb Kilo, haben wir alle schon mal gehört, aber bis zu 3 Kilo. Das sind so die Fänge. Und auf die Frage, ob man die noch essen kann, wie erhältern die nach dem Fang dann immer noch, die Großen, weil die doch, ich sag mal, sehr viel Fett angesetzt haben. Und dann tun wir die noch mal eine Weile heltern und dann werden die geschlachtet. Ist wie bei einem guten Stück Fleisch, umso älter, die werden umso, sind zwar etwas trockener und bissfester, aber die haben einen eigenen Geschmack, einen kräftigen Geschmack und schmeckt natürlich hervorragend. Was bedeutet Heltern? Heltern heißt, wir entnehmen den Fisch aus dem Wasser und dann tun wir den immer noch so 2, 3 Tage lang bei uns im Schlaubewasser zwischen Heltern. Das heißt, dass er einfach nochmal den Futtergeschmack, den er vom Fress nochmal drin oder die verdauen in den Fisch nochmal. Und ähnlich wie wir es heute gemacht haben, da läuft das frische Schlaubewasser rein und dann werden die eben nochmal ein bisschen gehältert. Die Ode ruft zu jeder Zeit, ob Sonne scheint oder ob es stürmt und schneit. Die Ode ruft tagtäglich neu und ihre Fischer bleiben ihr auch weiter treu. Und ihre Fischer bleiben ihr auch weiter treu. Die Binnenfischerei, die wir jetzt momentan haben, wird ein bisschen zurückgedrängt durch Meeresfisch und durch andere Länder, wie zum Beispiel aus Asien, aus Afrika kommen viele Fisch rein. Aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Stand, dass die Leute auch wieder besinnen, regional auch eine gute Forelle aus der Zucht regional beim Fischer zu holen. Oder einen Karpfen oder mal einen Wels, einen Hecht, also das geht wieder aufwärts. Ja, hier wissen Sie ja, was die Fische essen und die bekommen keine Antibiotika oder sonst irgendwas. Das ist richtig. So reines Naturprodukt. Genau. Also in Deutschland kriegen sowieso die Zuchtfische kein Antibiotika. Also das ist alles das, was aus Asien und sowas kommt. Weil da ist einfach bei der Menge, muss das eigentlich selbstverständlich, sonst verdienen die kein Geld, sonst schaffen sie das eben nicht. Und das brauchen wir als bei den Naturfischen ökologisch, die wir fangen, das Beste. Wo kann man Ihre Produkte denn finden? Also Tradition hat ja noch den Internet-Shop noch nicht online, aber in Kürze. Wo kann man denn Ihre Produkte jetzt kaufen? Wo findet man sie? Also zuallererst in Brisco Finken hier bei uns, direkt in der Fischerei. Wir haben immer donnerstags offen, zwischen 9 und 16 Uhr. Da wird dann frische Reue, der Reue ja Fisch, Frischfisch etc. Und natürlich unsere Fischspezialitäten angeboten. Desweiter sind wir noch in Frankfurt-Roder auf dem Wochenmarkt, immer Donnerstag, Freitag. Und ansonsten sind wir viel in Berlin. Und ich sag mal in Brandenburg weit unterwegs, auf Messen, wie zum Beispiel die Brahala, die Brandenburgische Landwirtschaftsausstellung, die jetzt wieder Anfang Mai ist. Vier Tage, dort sind wir wieder vertreten. Grüne Woche ist mal ein Highlight für uns. Zehn Tage im Januar, dort sind wir auch vertreten. Und viele unsere Produkte an den Mann zu bringen und dann natürlich die Leute auch darüber aufzuklären, was ist nun der Unterschied zwischen so einem Fisch und so einem Fisch. Fisch ist generell erstmal gut, ist gesund. Aber eben, warum soll ich das jetzt bei euch essen? Und dann geht's los, weil eben da mit Liebe mit drin ist. Da ist Handarbeit. Wir sind... Handarbeit. Ja, und das sind erstmal so die Schichten. Was können die Leute dann erleben, wenn sie herkommen und bei ihnen Urlaub zu machen, in ihrer Fernwohnung oder in der Umgebung? Was können sie machen? Also die sind ja hier, die Oder ist am fünftbeliebtesten Radweg in Deutschland. Das nennt sich der Oder-Neiße-Radweg. Wir haben dort Gäste, die kommen aus Frankreich, aus Bayern, aus Schweiz. Selbst Engländer sind hier schon vorbeigeradelt, kommen direkt bei uns an der Fischerei vorbei, haben bei uns geschlafen. Dann das nächste Highlight ist zum Beispiel, wenn man sich mit Kanus oberhalb, man kann auch nach Polen reinfahren, sich dort reinsetzt und dann eine mehrtägige Kanu-Tour macht, bis runter ins Haft oder irgendwo. Es ist einfach nur Ruhe, weil die Oder hat wenig Schifffahrtsverkehr, wenig große Schifffahrt, liegt auch daran, weil es vielmals der Wassermangel da ist, ob große Frische nicht fahren können, aber für Kanus und für kleine Sportboote hervorragend. Und dann ist es auch so, dass man rechts und links, beide Seiten, ob in Polen oder Deutschland, man hat diese Auenwälder. Diese Auenwälder sind unbeschreiblich schön, das sind meistens große Eichen, die stehen auch, wenn es hoch was ist, alle im Wasser drin. Und da entwickelt sich natürlich eine wunderschöne eigene Fauna. Es ist einfach nur schön, man hat eben Ruhe, man kann überall anlegen oder mit dem Fahrrad anhalten, ohne dass man irgendwie Autoverkehr hat, ohne dass man irgendwie zu viel Menschenauflauf hat. Es ist einfach, die Oder hat den Reiz, also eines der faszinierendsten Flüsse in Mitteleuropa. Und Sie sind immer noch verliebt in die Oder? Ja, auf jeden Fall. Die Oder ist ja nicht nur unser Hausgewässer, sondern einfach eine Lebensader. Was passiert denn so, wenn Fischer sich untereinander treffen? Oh ja, was passiert da so? Natürlich wird in Kömen genommen, also wir trinken gerne mal ein Schnäpschen, ein Bierchen, aber natürlich sprechen wir auch über unsere Betriebe, unsere Erfahrungen, unsere Fischerei, was wir so gefangen haben. Aber da kommt mir gerade da so eine Episode da ins Sinn. Wir hatten einen Kollegen, der war auch mit integriert und der hat immer sehr, sehr angegeben, dass er eben so Riesenfische fängt, so hunde Dinge, also den seine Hände haben gar nicht ausgereicht. Und bei irgendeinem Treffen, das liegt eigentlich schon drei, vier Jahre zurück, dann haben wir die anderen dann mit uns, wir haben denen einfach mal die Hände zusammengebunden. Einfach so bei der Lage zusammengebunden und konnte der da erzählen, wie er wollte. Und trotzdem hat er wieder losgelegt, da hat er gesagt, Riesenfische, Riesenfische, na wie groß denn nun, haben wir ein bisschen rausgefordert, wie groß denn nun, na, konnte er ja nicht zeigen. Dann hat er die zusammengebundene Hände, mit so ne Augen, mit so ne Augen. So, das war natürlich, da haben wir uns alle totgelacht. Ja, das war mal so ein Spaß, den wir uns mal erlaubt haben, wir treffen uns mit Fischern aus Sachsen, aus der Oberlausitz, haben wir einen guten Kollegen. Usedom, hier, ein Achterwasserfischer, muss ich mal sagen. Und so sind wir so ein paar Kollegen, die wirklich dann auch sich im Jahr eins oder zweimal treffen, und dann gibt es natürlich viel zu erzählen. Ja, neben dem Spaß natürlich, der Ernst der Sache ist natürlich, und das haben wir, meine Großeltern, meine Eltern, also meine Vorfahren, die haben alle auch was gelernt, was ich immer gerne mal erzähle, dass es mit jedem Fischerherz, wo es muss stehen, fest wie Stein und Erz, sei nicht nur Fischer, sei auch Eger, zum Wohl der edlen Schuppenträger. Und ich glaube, daran halten wir uns und halten sich die guten Fischer, halten sich daran. Verpassen Sie nicht die nächsten Videos von uns. Wir haben immer spannende Themen für Sie vorbereitet. Abonnieren Sie jetzt kostenlos unseren Kanal und klicken Sie die Glocke an. Dann werden Sie benachrichtigt, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben für Sie. Wir freuen uns auf Sie.